Wir sind ja auf der Autofähre und gerade passiert uns hier die Nils Holgersson. Wow, ist das beeindruckend. Das finde ich ja nett. Heute Morgen, als sie hier reingefahren ist in den Hafen, da haben wir sie schon gesehen. Jetzt geht sie wieder aufs Meer hinaus und wir haben sie hautnah. Unglaublich. Wow. Gar nicht mal so klein. Schon krass. Okay. Das war mein letztes Video von Prival. Jetzt setzen wir rüber nach Traumünde. Wir sind rüber nachриг. Go!